Thomas, meine deutschen und türkischen Freunde, wir haben unseren Rundgang bei Metro Alanya gemacht. Ich muss nach Hause das alles hochladen, das wird stundenlang dauern, das Ganze. Ich hoffe und entschuldige mich, wenn die Bild- und Tunqualität nicht so perfekt ist. Ansonsten, was soll ich noch sagen, wir werden jetzt öfters mal so eine Ausflüge machen wegen Kosten, was es kostet. Und noch weitere Angelegenheiten. So, ansonsten, bitte, ihr könnt auch mal ein Abo abgeben, kostet kein Geld. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht das Beste davon und bis bald.